Musik Dieser kleine Kartentrick heißt Dinner for Two. Ich brauche zunächst mal zwei Karten. Das ist einmal die Herz 5. Die lassen wir mitten im Spiel. Und noch eine zweite. In diesem Fall ist es der Herzbube. Und auch den stecken wir mitten ins Spiel. Und jetzt werde ich versuchen, diese beiden Karten wiederzufinden. Die erste finde ich, indem ich alle Karten wieder umdrehe. Bis auf eine. Und diese eine Karte ist, wie angekündigt, Karte Nummer 1, die 5. Jetzt müssen wir noch den Buben wiederfinden. Und das machen wir, indem wir die 5 ein bisschen schütteln. Und schon ist der Bube wieder da. Somit habe ich beide Karten gefunden. Und das ist Dinner for Two.